Ich lebe, hast ein Herz gefunden. Ja. Mann, geil. Wie jetzt ein Minenarbeiter? Was ist ein Minenarbeiter? Ja, red mit dem. Das ist ein Zombie, das weißt du, ne? Ja, es gibt aber auch einen Minenarbeiter, das ein Mensch ist. Der kann uns handeln. Der kann uns handeln, Junge. Fick dich, Michi. Was? Ich hab gar nicht... Immer mich beschuldigen, ja? Ich hab versuch, gerade krampfhaft gehen. Was? Konnte das Anti-Tot? Anti-Tot. Oh, oh. Ich geh mir das Herz. Ja, mach doch. Herz, was da unten lag, oder wo? Ja. Hast eins. Ja, lag da eins. Fuck! Das hat echt gebracht. Fuck yeah! Lass mich in Ruhe. Oh, so ein Nachhübsches. Du kriegst keins für Michi. Ja, ich will auch gar kein Herz. Hättest du kriegst, auch nicht noch kein Herz gekriegt. Ja, ich will auch keins. Hättest du auch kein Herz. Ja, ich will ja auch... Ja, du kriegst auch kein. Ja, das ist sehr gut. Ja, deswegen willst du auch kein. Können wir die sinnlose Unterhaltung beenden? Dann müssen wir aber aufhören aufzunehmen, dann müssen wir gerne damit aufhören. Apropos Unterhaltung. Loll. Mach mal das denn? Kaumann sinnlosen Witz raus. Äh, okay. Die Wahrheit zu sagen ist ein Spiel, die Wahrheit zu erkennen ist viel, die Wahrheit zu wissen ist schwer, die Wahrheit zu ertragen ist mehr. Ja, bitte. Verstehe ich nicht. Brain fuck halt. Ja, ist so. Jetzt habe ich vier Bomben, Hammer geil. Bin ich jetzt dran? Ja. Ah! Okay, äh, beim Niesen wird die Luft bis zu 300 kmh beschleunigt. Oh Gott. Ja, weg hier! Ich dachte, der versucht jetzt zu niesen. Nein, der wirft einen Bomben um sich, Junge. Habt du bomben oder was? Ja, sicher. Ja, der war schon wieder unnütz. Ja. Ganz, ganz tobisch generell unnütz. Ich helfe nur hier so schlechte Dekorationen. Mann! Äh, Hilfe? Nö. Nö. Hallo, Dennis. Hallo. Au! Ach, Schiss. Alter, weil ich, wie weit euch hier runter geht. Ja, ich komme mal mit. Weißt du, wie sehr mich das interessiert? Viel. Viel. Ui! Das habe ich mir auch gerade gemacht. Loll. Wieso bin ich schon... Alter, wer... Was macht mir 42 le... Schaden. Ich komme ja nicht mehr hoch. Dennis weiß was. Meinst du mir nicht? Nein, ich bin gerne. Gut. Sonst hätte ich dir jetzt das Gehirn poliert. Oder so. Also insofern du eins hast. Warum sagt Dennis eigentlich gar nichts? Dennis? Dennis? Oh, ich bin tot. Schön, dass ihr nicht mitgekriegt habt. Oh, super. Ich rede die ganze Zeit und war oft stumm. Wie sagt ihr nichts gesagt? Ja, keine Ahnung. Ich bin immer so still. Äh, Dennis, wieso tauchst du? Ja, wieso ersterb ich jetzt gleich? Ja, weil ich auch tot bin. Ja, weil du tauchst. Rammler, was machst du? Kann mir mal jemand helfen und einen schnellen Weg machen? Äh, ich bin gerade auch gestorben, also... Ich bin daheim. Gott, tschüss. Ich mach mir jetzt mal diese komischen Sticks, da um Wickel zu machen. Was könnte ich mir denn so bauen? Was ist das hier? Haftbomben. Oh, Semtex. Haftbefehl. Oh, ne. Ach, du Scheiße. Bist so einer. Ja, natürlich. So ist doch jeder. Na, sicher. 25 Kopferbahnen. Was kann ich daraus bauen? Hm. Ich kann mir daraus keine Rüstung bauen, so wie es aussieht, oder? Die Rüstung muss man ja auch am Amboss machen. Ja, bin ich doch. Oh. Du kleiner... Oh, doch, kann ich mir... Soll ich mir schulen? Warte, was machen wir am meisten? Eine Abwehr. Was machst du? Ich ergege mir voll auf den Sack. Auch eine Abwehr. Was geht hier auf den Sack? Die Viecher. Die Viecher. Na, alle. Hui. Die ganzen Slimes, die ganzen Fledermäuse, die ganzen Glatzenzombies. Ich mach mir jetzt ein... Ich hab mir jetzt einen Helm gemacht. Kann mir mal jemand sagen, wo ihr seid? Äh, wir wissen es aber nicht. Wollt ihr auch was richtig tolles, ja? Ja. Sagst du 61 Eisenbarren? Und 70 Kupferbarren? Und immer noch 19 Goldbarren? Ey, ich weiß, was wir alles bauen können. Kramler, schau mal meinen hübschen Helm an. Hast du dir denn gemacht? Äh, aus Kupfer. 20 Kupfer. Alter. Oh, ich hab noch tonneweise Eisen. Ich baue mir jetzt Eis. Und wo fahrst du noch? Äh, 5 oder so. Ne, ich seh noch. Kannst du mir mal geben, dann fahr ich mal einen Eisenbarren. Ja, warte. Das kann man ja zum Glück nicht essen. Oh, Rollenschwer, das ist ja mächtig, sehe ich. Äh, Michi, äh, Dennis, kannst du mir noch einen Kupferg, einen Kupferg machen? Ja, mach den gleich. Gold, breit. Seid ihr jetzt alle oben? Ja, wir basteln uns grad was. Okay, bin dabei. Ja, das ist prima. Wie kann man uns jetzt eigentlich endlich mal Betten bauen? Keine Ahnung. Was hab ich? Hey, ich hab was cooles gefunden. Warte das. Da war ne, da war ne Kiste im Wasser. Was war da drin? Äh, irgendwie ein Dreizack. Komm, geil, ich kann die Toilette bauen. Ich hab ein Dreizack. Was macht der? Ein was? Ein Zehn Nackern schon, hurra. Oh, geil. Ach, wir wollen mal verschwett auf. Ich mach mit... Ich brauch... Was für, was für eine für Kupferrüstung? Ich mach jetzt ne Semtex. Eisenrüstung und Goldfelden. Was für Kupferrüstung brauchst du? Alter, was ist das? Scheiß'n Schuss, Gott. Ich hab eine Rüstplatte aus Kupfer. Äh, die hab ich auch. Ich brauch nur noch einen Kupfer. Ey, Dennis, nimm das mal gerade, was ich hier habe. Michi, gib das Dennis. Was denn? Michi, gib das Dennis. Ja, was denn? Ich hab noch... Ey, ich hab ein Eisenbreitschwert. Wenn wir das haben. Hab ich schon. Das Gold? Ne, Eisenbreitschwert. Kannst du mal jetzt einen Kupferbarren geben? Äh. Eisenbreitschwert. Wie viel Kupfer machen wir aus Kupfer? Ein. Ich hab kein Eisenbreitschwert. Danke. Ich hab dir noch gar einen Zug... Ne, Tobi hat das aufgenommen. Ja, eben. Immer mich beschuldigen. Kupferbreitschwert oder was? Alter, Eisenbreitschwert. Mehr als jetzt? Gib mir jetzt mal hier... So, ich hab noch... Alter, was hast du für einen Stab? Ey, Michi... Immer noch einen Dreitsack. Michi. Ja? Kannst du Dennis jetzt mal... Eimplasen? Was denn? Der Winger zu geben. Die Rüstung, die ich dir zugeschmissen hatte. Rüstung? Warte. Ja, hau ab. Ich mach jetzt mal was Vollprodukt. Rüstung. Weit mir nicht ein neues Haus bauen. Hier, Dennis. Komm her. Hier. Viel Spaß. Ja, wie denn? Die Welt ist nicht gerade groß. So, wo sollte ich das nochmal nicht hinziehen? Ähm, einfach ins rechte Feld. Reinziehen. Geht nicht. Hey, wenn jemand noch... Ja, nimm doch vor dem Bescheid sagen. Ja, ja. Tobi. Ja, wie jetzt mehr? Er läuft nicht weg. Hä? Tobi, ich hab noch über 20 Kupfer. Äh, okay, kannst du mir geben. Ne, mehr hab ich auch nicht. Er kann mir geben, dann kann ich mir noch eine andere Lösung zu machen. Ihr sagt immer, wie viel du genau brauchst. Ich brauche, keine Ahnung. Ich hab 20 noch. Ich brauch noch... Eine Rose kostet 25. Wie viel hast du? Ich hab 5. Okay. 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 Ja, ich hab auch nur 19, merk ich. Ich kann mir noch ein Kupfer-Barren machen. Alter, wie sie alle mit ihrem Kupfer-Helm rumlaufen. Er hat doch einen Kupfer-Barren. Nicht das gleiche. Tobi fragt dann gerade rum, ob irgendeiner einen Kupfer-Barren für dich hat. Dann kannst du die Wurde machen. Kupfer-Barren. Was kann man mit den Stern-Schnuppen machen? Ich... Ich hab Tobi schon meine ganzen Kupfer-Barren gegeben. Dennis. Ja, was denn? Dennis, hast du einen Kupfer-Barren? Zu spät. Ich hab ganz viele Kupfer-Barren. Dann gib... Achso, Tobi, hast du schon? Ich hab elf Kupfer-Barren. Na, reicht nicht. Was soll ich mit diesen elf Kupfer-Barren tun? Gib mir mal die Kupfer-Barren, dann mach ich dir ne Eisenhose. Hose? Moment. Das ist hier nichts. Sieht voll geil aus. Ja, ich auch. Hast du auch so'n Kupfer-Helm? Michi, verpiss dich mal, sonst nimmst du wieder die ganze Scheiße auf. Michi! Michi, geh weg. Michi. So, darfst du... Nein, Michi! Mein Gott! Spaß, ey. Jetzt? Warte. Ja. Ohu. So, ich hab jetzt noch ein bisschen Gold. Will irgendjemand von... Ah, nee, hab ich schon. Gib mir mal ein bisschen Gold. Ich hab auch noch zwei Gold. Ah, nee, hier, ich hab... Ich hab noch fünf Gold. Ich hab noch drei Gold. Das reicht aber nicht, oder? Ich bin der Coolest. Wer will jetzt ein Eisenschwert haben? Ich hab schon eins. Ich hab ein Eisenschwert. Ich hab auch einen. Ich hab ein Silberschwert. Ja. Wie viel macht... Wie viel macht euer Scha... Äh, wie viel Schaden macht euer Schwert? Mein Schwert macht 2L. Viel macht 2L. Hm? Wie... Mein Schwert ist 2L. Meins auch. Ich hab ein Goldsch... Leichtroter ausrüsterem Material. Ja, du bist schon Bobby, Tobi. Ich komm jetzt mal wieder zu dir, Tobi. Ah, mein Goldschwert macht sogar 13. Sehe ich gerade. Lol. Und ich... Ich seh gerade... Ich habe einen Luftballon im Inventar. Der macht mir plus... Der macht mir plus 2% Sprunghöhe. Hammer, geil. So, ich geh wieder fahren. Wer kommt mit? Ja, ich geh auch grad... Ich geh auch grad schon, Tobi. Geronimo... Lol, da... Ha, geil. Da ist gerade ein Zombie runtergeflogen. Lass mich nicht alleine. Gut, dann komm. Gut, dann komm. Dennis, lass mal in die andere Richtung gehen. Ja. Lass dir jetzt mal deinen Dreizack gleich an den... Oh Gott, ein Skelett. Warte mal, warte mal, warte mal. Der Dreizack macht 11 Schaden und der Dreizack macht 10 Schaden. Halt die Höhe, bist du unten, Tobi. Warte mal auf mich hier. Ich bin da, wo wir grad waren. Ja, ja, eben. Oh, Dennis, gib mir das. Ich will das haben. Der wird das nächste Sachen finden, dass man höchst, die Tür zu machen. Loll. Ich will das trotzdem haben. Hui. So, hier lang. Dann hier runter. Gucken, was ich gerade gefunden habe. Dann hier lang. Was hast du denn gerade gefunden? Echt mal, was hast du denn gefunden, Dennis? Das da, hier. Nimm. Und wir müssen uns nichts davon abgeben. Das ist nur für uns beide. Was? Was habt ihr gefunden? Nichts. Sag. Ihr habt ein Herz gefunden. Ich hör's. Und was noch? Und wir haben auch Mana-Kristall gefunden. Wie war das mit Teilen? Wie kann man denn jetzt zaubern, wenn man Mana hat? Ja, was sag ich dir nicht. Tobi, wie kann man zaubern? Was weiß ich, woher soll ich das wissen? Schau halt, ne? Was musst du wissen? Opfer. Ich bin nur Minecraft-Pro, kein Terraria-Pro. Hilfe, Augen. Vor allem, vor allem, das ist Riesenvieh. Was uns jetzt sowieso killen wird. Warte doch mal, wo ist denn hier Licht? Licht, Licht, Licht. Wie bist du denn da hochgekommen? Ja, du hast ja sprungen. Hilfe, genau. Warum sind da zwei von diesen scheiß Viechern? Ich hab was gefunden. Schnell, Dennis. Mach mal die. Hat der Gold oder so gefunden? Nein, Topaz. Mach erst die Viecher kaputt. Ich muss das hier... Ja, die machen mich kaputt. Hier, mach die Steinteile da weg. Damit ich da hoch kann. Wo habt ihr das Mana-Ding gefunden? Was sind denn das... What the fuck? Ja, Dennis, mach das schnell weg. Dann kann ich dir helfen. Dennis! Alter, da ist ein Schleim-Mami. Mama! Hallo, Mama! Mama! Oh, hinter mir. Ja! Ich seh's gerade, ja. Alter, da sind noch mal drei von diesen Drecksviechern. Ohne Witz, was ist das? Ohne Witz. Ohne Witz. Wo habt ihr das Mana-Ding gefunden? War das in der Kiste? Das bin der Zombie, springt da runter. Hallo! Ja, in der Kiste. Alter, da unten ist ein Mama-Slime. Das ist Schleim-Mami dran. Dennis, nicht da runter. Loh, Schleim-Mami. Also, mach ich schon mal. Ohne. Das sind Skelett-Pfeile-Typen. Ohne Witz. Dann gibt's hier unten coole Sachen. Ja, dann springen an der Seite lang, Junge. Ich bin echt tot. Ach. Ja, super. Hast du jetzt eigentlich Musik im Hintergrund? Mach doch deinen Dreizack. Nö. Nein, der Dreizack macht einen weniger Schörden. Hm. Voll feil. Jetzt geh ich drauf. Juhu. Ach, du musst gerade trinken. Trinken. Kann man echt die Brightness höher stellen oder so? Nö. Wer sich an alles ran macht. Lass mich allein noch. Mach doch, ich komm da wieder hin. Ohne. Das ist ja nur Philipp vorne. Da war ein Wurm. Was ist denn das hier? Dreck. Oder Sand. Oder Kies. Ähm. Also Dennis, wir machen es wieder in die Corruption. Was schlick? Ich habe einen schlickblock gefunden. Oh. Achter auf mich, du kleine Arschbacke. Was? Wer geht in die Corruption? Hammer. Geil. Ey, ich backe hier gerade total rum. Was ist das für ein Scheiß? Backe, backe, Kuchen. Der Bäcker hat gerufen. Nein, deine Mama. Achso, ja, die auch. Alter, was ist das für ein Scheiß? Wissen du eigentlich? Ich seh dich gar nicht mehr. Rammler. 160. Alter, wie weit bist du weg? Bei mir bist du tausend Ding weg. Tausend Feet. Hammergeil. Sag, ich muss leben. Pass auf, uns folgt gleich ein Feet. Oh, ich bin nicht für tausend geworden, ey. So, wenn wir... Oh, oh, warte, ich muss mal aufpassen. Ja. Spontan muss sorgfältig geplant werden. Say what? Setz du mal ein bisschen fackeln. Ja, echt mal. Setz mal fackeln. Ja, ich mach jetzt mal. Oh. Oh. The fuck. The fuck. The fuck. Darf ich ihn vips reißen? Ja. Was ist gelb? Die, 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 du...